Wir sind digitale Freiheitskämpfer. Wir kämpfen für deine Privatsphäre und gegen Massenüberwachung. Wir brauchen in Europa weniger Überwachung. Stattdessen werden ständig neue Gesetze verabschiedet, wie der Fingerabdruck, Zwang und Personalausweis, wie das Tarek mit seinen Löschfristen von einer Stunde, wovon nur große Firmen profitieren können, weil kleine Betreiber sowas gar nicht leisten können. Wir brauchen Datenschutz, Transparenz, freies Internet, keine Zensur. Und das ist mir wichtig. Weil mir meine Freiheit wichtig ist, sowohl in der digitalen als auch in der analogen Welt. Deswegen sage ich ganz klar, ich bin Pirat. Ich bin Pirat. Ich bin Pirat. Am 26. Mai Piratenpartei wählen. Für Freiheit, Würde und Teilhabe. Ich bin Pirat.